Am Samstag, den 25. Juni, fand auf dem Zeughaushof in Wismar ein Kinderhandwerkermarkt statt. Von 14 bis 17 Uhr konnten Kinder an verschiedenen Ständen kreativ werden. Es gab viele Attraktionen, alles handgemacht und nachhaltig. Von Rollenrutschbahn, Dosentanz und Karussell zu Zuckerwatte und Stockbrot am Lagerfeuer. Ausgerichtet wird dieses Fest vom Bauspielplatz Schwerin und dem Bibliotheksverein unter dem Konzept selbsterfahrungsbezogener Ansatz.